Musik Hoch und bald Richtung Lauchs. Bleib bei Lauchs. Der Mann ist frei. Lauchs ist Köln! Nicker-Pass vom Fußball-Kollder! Das ist der Aufstieg! Das ist der Aufstieg! Das ist der Aufstieg! Jeder ist in Lachsburg! Fußball schreibt Geschichte, ne? Fußball-Köln war meine erste Probistation. Mit meinen 35 Jahren nochmal in der dritten Liga gespielt zu haben, das war für mich eine Ehre. In unserer Kaderzusammenstellung, mit unserem Budget ist es nicht selbstverständlich, einfach so dritte Liga zu spielen. Für mich eine schlechte Saison zu spielen, steigen wir ganz einfach ab. Ich habe dann schon über die Zeit den Ehrgeiz entwickelt, aus dem, was bei Fortuna Köln da war, ein Fußballunternehmen zu machen und ein hoffentlich erfolgreiches Fußballunternehmen zu machen. Ohne Michael hätte man es vielleicht gar nie geschafft. Wo man sich trotzdem immer wieder kritisch hinterfragen muss, rechtfertigt, dass du so viel Geld in uns investieren, nur wenn man eine emotionale Beziehung hat. So viel Liebe wie bei der Fortuna habe ich noch nirgendwo bekommen. Also weder im ASV noch in der CDU, da bestimmt nicht. Ein Stück weit gibt die Fortuna der Fußballstadt Köln auch ihre Würde zurück. Schaut euch das an. Der pointed mich immer wieder früher nach manchen. Relativ auf die König77- המש Untertitelung des ZDF, 2020